Hier sehen Sie den vielseitig einsetzbaren Akku-Winkel-Bohrschrauber GWB 10,8 Elite Professional. Er ist die kompakte Lösung für schwer zugängliche Stellen. Er hat genug Kraft, um mühelos Schrauben mit einem Durchmesser von bis zu 6 mm zu verschrauben. Durch die fünf einstellbaren Kopfpositionen ist der Bohrschrauber äußerst vielseitig einsetzbar. Mit dem vollwertigen 10 mm Autolock-Bohrfutter wird er im Handumdrehen zum Akku-Bohrer und schafft Bohrdochmesser bis 10 mm in Holz. Und dank der extrem kurzen Kopflänge von nur 11 cm ist er perfekt für Arbeiten an besonders engen Stellen geeignet. Die praktische Ladestandsanzeige ermöglicht es jederzeit, den Ladezustand des Akkus abzufragen. Und das integrierte LED-Licht leuchtet dunkle Arbeitsbereiche optimal aus. Die hohe Drehzahl von bis zu 1300 Umdrehungen pro Minute sorgt für einen schnellen Arbeitsfortschritt, gerade beim Bohren in Metall. Überzeugen Sie sich selbst vom GWB 10,8 Elite Professional, der kompakten Lösung für schwer zugängliche Stellen. Jetzt neu in der praktischen und einzigartigen L-Box.